Achso, Quatsch. Zulag 6. Los geht's. So, das frischer Zwerg. Das da oben sah immer aus wie ein Gehirn. Das ist ein Kabel da. So, das ist ein Kabel da. Okay. 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 So, hier haben wir neun. Schauen wir mal, ob die nicht auch befreien können. Oh. So. Kommen wir schon mal mit den ersten drei an. Sechs bleiben. Oh, look at my rationing skills. Ah ja. Ah ja, das war doch das. Ah, okay. Die fangen sich gleich an zu schlagen, weil da oben Wasser rauskommt. Und ich muss durch die Strombarrieren durch, um zu sagen, dass sie aufhören sollen damit, bevor die sich gegenseitig umbringen. Alles nicht so einfach. Äh, ja. Ja, die vermöbeln sich dann, bis sie tot sind. Und das ist auch das einzige Mal, dass du diesen Befehl brauchst. Schluss damit, der irgendwie im Deutschen schlecht eingesprochen ist. So, alle haben überlebt. Sorry, dass ich ne Schlägerei losgetreten hab. Okay, okay, okay. So, alles wieder gut. Hau mal ab. Ich hoffe, der hat jetzt nicht abgeschossen. Nein, ich will das so machen. Nein, ich will das so machen. Nein, ich will das so machen. So, reicht jetzt. Achtung. Die unter Strom stehenden Mauern auszuschalten, kann zu entfliehenden Angestellten führen. Genau, extra nochmal gezeigt. Die Brücke ist oben. Sollte also funktionieren. Was haben wir hier? Achtung, unzulässiger Gebrauch, der unter Strom stehenden Mauern kann tödliche Folgen haben. Wenn der nochmal extra gesagt wird, was man machen muss. Gleich müsste es... Moment. Hä? Guck mal kurz auf der Überwachungskamera nochmal. Hä? Achso. Ah ja. Achso. Wir können ja den hier schon mal retten. Ich glaube, das hier hatte ich mir damals auch irgendwie immer schwerer gemacht, als es gedacht war. So, aber nicht mehr genau. Ah. Ach ja. Ja, stimmt. Jetzt weiß ich genau... Jetzt weiß ich wieder, wo ich die hinbringen muss. Und zwar genau hier. So, einmal alle hier platzieren. So, das waren wir letztendlich. Warum da immer noch so eine Zwischentür ist, diese Vierertür. Wahrscheinlich wollten sie da einfach mal was anderes machen. Naja. Zulagt sehr. So, wie war das noch? Hilfe! 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 Uh, nun ein Schieffel. Achso. Das ist weniger lustig, als es aussieht. Strom abschalten. So, nochmal. Bitte klingeln. Hi. Was ist das hier? Wow, Massenmord. Boah, hat man schon mal Schwein gehabt, dass der denn da oben jetzt sich erwischt hat. Na gut. Was mache ich hier? Ah ja. Fuck you. To the end of the world. Das ist aber auch schön, wenn ich kein gequick-saved habe. So. Das ist immer dieses völlig unnötige hier mit dieser Strom-Barjahre. Wenn man sich dann immer auch immer zu selbstsicher wird und dann nicht quick-saved. Obwohl es ja nur wirklich nur den Bruchteil einer Sekunde dauert. So. Aber jetzt. Gut. Gut. Ah ja. Der kommt hier rüber. Alles klar. Gut. Der ist hier weg. Sehr schön. Jetzt gehe ich nochmal mit dem Fahrstuhl runter. Ich glaube, den Slick brauche ich nämlich nicht. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, ich versuche das nochmal. Ich weiß jetzt nicht ganz, ob ich das mit dem Slick machen muss, aber... Nee, der schießt ihn sofort ab. Ach so. Ah, haha. Natürlich. Ich habe gedacht, der eine Teleporter ist nur da, um wieder hochzukommen. Mit dem Slick, warum auch immer man das machen sollte. Wollte aber auch keinen Sinn ergeben, weil es ja auch kein Gegenstück zu dem gibt. Nice. So. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Scharfschützen. Incoming. Nein! Hallo. Warum habe ich den jetzt eigentlich nicht gleich zersprengt? Ach, Mann. Gibt es eigentlich Schnellleiten? Es gibt gar keinen Schnellleiten. So, jetzt Vorsicht. So. Ach nee, warte mal. Vielleicht brauche ich den doch noch. Hallo. Hallo. Oh, da hinten die Fässer. Ah ja, also doch. So, jetzt müssen wir wieder äußerst präzise sein. Sehr cool. Die, 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 die mengen an Fässer, ja. Hier drüben, glaube ich, ist, glaube ich, das mit den Knochenmühlen. Genau. Gehen wir nochmal da hin. Ah ja. Und hier, ah ja, stimmt. So, jetzt muss ich hier hin und dann diesen. Genau, damit ich hier durchkomme. Ja, ist ein ziemlich, äh, ziemlich cooler Gedanke. Ist eine ziemlich coole Idee mit dem Slick gewesen, wollte ich gerade sagen. Äh, dass man da erst durch den ganzen Bereich durchlaufen muss. Und dann hier nur so eine Barriere zu deaktivieren. Und ich habe mich noch gefragt, was das mit den Knochenmühlen sollte. Aber die waren ja, die sind ja damit dann aktiviert. Na gut. So, hier ist ein Vogelportal. Und da würde ich mal direkt hier meine Freunde einsammeln. Hallo, ist mitkomm. Voll Befehlsmäßig eigentlich. So. Let's go. Ist mal knapp. Äh, waren hier drüben noch welche? Nein. Wieso hat er jetzt gelacht? Komisch irgendwie. Komischer Kauz. So. Einer mehr. Achtung, keine unbefugten Slicks an diesem Punkt. Habe ich noch gar nicht gelesen da oben. Okay. Äh, ich glaube... Warte. Okay. Ich glaube, ich muss die doch von da oben auch nochmal holen, oder? War da nicht irgendwas? Ah, nee. Ich brauche die erstmal hier. Wir alle. Jo. Jo. Mitkommen. Okay. 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 Wenn ich die jetzt unten befreit hätte, würde ich hier die Tür gar nicht mehr aufkriegen. Hätte ich dann verloren? Ich glaube... Moment. Ich muss jetzt erstmal ganz kurz gucken, wo man da hinkommt. Aber das... Hier geht es ja weiter dann. Ja, eben. Das hat er das dann... Das hat er das dann geschafft. Wenn ich die unten dann befreit hätte, ohne jetzt die Räder zu drehen, wäre ich gar nicht mehr rausgekommen. Hätte ich das Ding neu anfangen müssen. Hm. Nice. Na gut. Drei. Drüben ist random eine Tür aufgegangen. Let's go. Drei ist das letzte übrigens. Oh. Ah. Das kenne ich noch. Das ist sehr lustig. Oh ja. Aber eine coole Idee von den Entwicklern. So. Ja. Hier gibt es ordentlich blaue... Blaue Flecken. Und Beulen. Ich muss irgendwie durchkommen. Und die da unten... Erschweren ständig mein Vorankommen. Und hier war es richtig gefährlich. Moment. Nein. Über den Mittleren muss ich... Jetzt sind sie ausgerastet. Über den Mittleren muss ich drüber springen. Genau. Hier kommen sie durch. Und ich muss vor allen Dingen dafür sorgen, dass alle durchkommen. Damit ich die retten kann. Nein. Äh. Wie kriege ich denn? Ach ja. Au. Nein. Äh. Ja. Ja. Warte. Warte, warte, warte. Alter. Das ist sehr lustig. Ist sehr lustig. So. Hab alle durchgekriegt. Hier wird es nochmal tricky. Weil... Ich glaube ich den Asten... Genau. Den Asten kann ich gar nicht beeinflussen. Das müssen die machen. Lass alle nochmal herkommen kurz. Okay, den haben sie erst mal ausgeschaltet. Kann sein, dass ich... Nein. Ja, das kann dann, äh, sehr nice werden. Oh, Schwein gehabt. So, hier wird es jetzt nochmal... Komisch, glaube ich. Äh, weil... Boah, alter, alter. Okay, es ging doch leichter als gedacht gerade. Moment, ich glaube das... Ich glaube das letzte kann ich... Ja, jetzt komme ich nämlich hier runter. Und das letzte kann ich dann selber aufmachen. Genau. Oh. Ja, das hat aber damals länger gedauert als heute. Muss ich... Zugeben. Jetzt kann ich endlich zur Vernunft prügeln. Jetzt hör doch auf hier mit dem Quatsch. Okay. Okay. Was soll denn das hier? So. Äh... Ich glaube da hinten... Ne, warte mal. Hier war doch auch irgendwas mit dem... Mit dieser Kraft. Ah ja, 5. Genau, und dann kriege ich die Kraft. Und dann muss ich... Jetzt muss ich nämlich den Weg zurückgehen. Und dann muss ich da den Shrykaller einsetzen. Bilde ich mir ein, dass das so war. So. Jetzt geht das ja wesentlich leichter. Ohne Verrückte. Ist ja eh egal. Super. Super, wie einfach das jetzt geht. Luft anhalten. Ah ja, genau. Da war ja hinten rum. Äh. Den ich erst aktiviere. Den ich mit dem Rad erst aktivieren muss. Das Geräusch. Noch einmal sinnlos hin und her gerannt. Bitte sehr. Ja. Jetzt ist der Brunnen hinten aktiviert. Das ist... Das soll immer verleiten, dass man hier gleich zum Ausgang geht. Ihr Schlauköpfe. Oh. Moment. Jetzt ist gerade mein Headset ausgegangen. Gleich wieder da. Geht gleich wieder da. Sehr schön. Jetzt ist mir das Kabelgeber runtergefallen. Ja, professionelles Gameplay. Okay. So. Wieder da. Hübsch da drüber. Genau. Da haben wir hier nämlich noch ein Geheim. Da können wir hier ein bisschen ausrasten.